Eben, das Tabby begann aus Sicht der Stubbles alles andere als ob der Mal Schuss und Tor. 1 zu 0 für die Gäste aus Zell am See durch Maritz Schlosser und Paul Bruckmüller im Tor. Der Stubbles war zum ersten Mal geschlagen. Nach fünf Sekunden bereits kann ich wohl mit Fug und Recht sagen, dass es der schnellste Treffer an diesem Spieltag war. Und die Vikings setzen nach. Schöne Aktion. Schuss und Tor. Da ist das 2 zu 0 für die Vikings durch Ferdinand Ebner. Wieder war Paul Bruckmüller geschlagen. Und auf jeden Fall geht diese Führung auch. Als nächstes sehen wir eine weitere Aktion. Läuft auf das Tor zu. Immer noch die Vikings am Ball. Schöne Aktion. Schuss und Tor. Ja, das ist das 0 zu 4 durch die Nummer 44 Maximilian Hörl. Und der Spielstand nach dem ersten Abschnitt lautete 0 zu 6. Und war sehr, sehr eindeutig. Im zweiten Abschnitt dann zunächst eine schöne Aktion. Gut aufgepasst von Philipp Zehenner, dem Torhüter der Zeller. Schuss und Tor. Ja, dieses Mal war es Moritz Schlosser, der sich ein weiteres Mal in die Torschützenliste eintragen konnte. Doch auch die Stubbles konnten in dieser Begegnung einmal anschreiben. Schuss und Tor. Und da, dieses Mal war Jakob Spielbauer erfolgreich und erzielte das 13 zu 1. Und der Endstand in dieser doch sehr deutlichen Begegnung lautet 16 zu 1 für die Vikings auszählen. Und da, dieses Mal war Jakob Spielbauer.